Wir haben ein Paket von unseren Lieferanten zugeschickt bekommen, und das packen wir heute aus. Einmal... Crunchy Christmas, Crazy Nuts, Low Sugar, Crunchy Klappen, Crunchy Schoko, Crunchy Kip, und die haben uns das für ein Sortiment geschickt. Was ist das für ein Gewinnspiel? Ja, ich will was gewinnen. Ich hab kein Kino-Tickets gewinnen. Was? Wobei wir hoffen, das machen wir, oder? Jetzt gibt's ein kleines Testing. Haben wir ganz links aus. Mh, ist ein gutes Standard. Steht alternativ gesüß drauf, bleibt man auf jeden Fall. Fehlt ein bisschen gesüß, es fühlt sich gesund an. Dann haben wir den Hafer-Class. Das kommt sehr nice. Das ist so nice geröstet. Dann Schoko. Und das kommt gut. Das hat auch so ein bisschen dieses gewand-wand-wandel-Medium. Intense Schoko-Busper. Dinkel. Wow. Die Dinkel ist das heftigste. Gar nicht auf. Low Sugar. Bei Low Sugar merkt man auf jeden Fall. Bei Low Sugar merkt man auf jeden Fall. Man merkt, dass so so nice Vanille von drin ist. Und testen wir noch Weihnachts-Crunch. Mh. Da ist noch so Apfelstückchen drin. Mh. Ich muss sagen, ich finde alle gut. Ich finde das am besten. Hands down. Ja, das ist am besten. Das kleine Flüssig kommt auch sehr nice am Schoko. Dann das. Und das ist halt so gut Standard. Ich glaube nicht. Steige die Hände. Einmal. Wie geht's. Ich bin. Ich arbecht die Hände. Wie geht's. Wenn ich jetzt nicht alle nirror und schlafen verkaufen bin, was ich CP-Aklamat habe. Ich bin zu einem Literal. Ich bin wesentlich und sollte meine lieben. Ich bin ich hier. Das ist ein Jahr. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020